OMG und ein ganz herzliches Willkommen zur neuen Party für Let's Play New Super Mario was Yu Deluxe für den Nintendo Switch Heute habe ich einfach Bock drauf eine Runde hier Ja, einfach nur auf Spaß zu machen So eine Challenge, ich freue mich drauf, dass sie mal ist und ich hoffe auch ihr Heute werden wir nämlich eine Challenge machen Auch in die Kante in Linien Ich hab zwar die Folge hoch... Ich hab zwar die letzte Folge noch nicht hochladen für euch Aber ich hab's schon aufgenommen Und heute würde ich sagen Werden wir versuchen Von keinem Gegner Erwischen wir halt Okay, wir dürfen uns von keinem Gegner Erwischen Aber wir dürfen so lange failen wie wir konnten Und wir dürfen uns halt so lange aufhalten wie wir wollen Aber wir dürfen nicht failen Mit Gegner Treffern Mein Weg zu aber eines nicht Also Es geht los ihr Lieben Ich werde sie du einfach jetzt Einfach machen weil ich Bock drauf habe ihr Lieben Ich hoffe auch ihr habt Bock drauf Ja, was du musst sehen Ich hab einfach nur los ihr Lieben Los geht's Ich freue mich drauf Deswegen Ich hab einfach so Bock drauf heute Und ich klinge tatsächlich auch gerade im Urlaub auf Auch weil es nicht glaubt ich nehme gerade tatsächlich im Urlaub auf Wie sollte morgens kommen Shit Ich nehme wirklich gerade Ich meine wirklich gerade fang ich ernst Ich meine wirklich gerade fang ich nochmal ernst in die Leute Ich nehm gerade tatsächliches Video hier im Urlaub auf Weil ich tatsächlich Glück gehabt habe Ja, weil Ja, wie dann gibt's Irgendwie jetzt wieder Warum auch immer Komisch Aber Jetzt gibt's im Urlaub halt Wiedern Ich bin einfach nur krass Meiner Meinung nach Ist einfach so krass Dass man Das man Nämlich auch jetzt einfach hier im Urlaub hat Mit Internet Wien sich cool, ne Wien sich cool ihr Lieben Also wirklich Wien sich wirklich cool ihr Lieben Dass man auch jetzt Internet hat Hier Im Urlaub Deswegen Ja, ich freue mich drauf Auf diese Challenge hier Und deswegen Ja, viel Spaß ihr Lieben Auch wenn es mir nicht glaubt Ich werde tatsächlich hier Diese Video hochladen Im Urlaub weil ich es kann Ich glaube es Wird auch funktionieren Weil ich Habe auch schon mal Wie den Videos hochgeladen Und auch Vorvor erzählt Und ich habe mir wirklich niemals Vorstellen dürfen Ich habe mir wirklich Ich habe mir wirklich niemals vorgestellt Ich habe mir wirklich niemals Ich habe mir wirklich niemals Auch niemals In meinem ganzen Leben So sehr Auf Internet halt wirklich drauf geglaubt Aber ich meine wirklich Erste Lieben Internet geht In diesem Urlaub Also Ich freue mich drauf ihr Lieben Das ich Internet habe Aber ich glaube schon Ja Ich freue mich drauf Ja Ich freue mich drauf Ja Von Ja Also Es ist irgendwie Brando Ist einfach nur Fucking random Ihr Lieben Aber ich kann wirklich Ich kann wirklich Fragen Videos aufnehmen Und Fragen Videos aufladen Weil es geht einfach gerade Ich wäre einfach wirklich Ihr Lieben Ihr könnt euch gar nicht vorstellen ein paar aufzunehmen weil ich ja auch das leidenschaftlich mache aufnehmen und sein und ja nicht gerade getroffen ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht ich wurde getroffen und nicht das egal ich frage mich darauf auf ein nächstes level ich hoffe ich habe das level letztens nicht ohne feld abland oder auch ohne verabschlossen weil ich weiß gar nicht ob ich da aufgepasst haben wenn ich jetzt wirklich euch verarscheid und verarscheid habe dann tut mir wirklich leid ich war nämlich ich war wirklich fucking in diesem thema vertieftes weg sorry aber okay aber ich bin einfach nur geil belieben ich bin einfach nur geil belieben das könnt ihr euch gar nicht vorstellen ich kann es auch ein bisschen lauter sprechen als sonst deswegen so muss es eigentlich leben weil ich auch ein großes haus gerade ich bin in einer etage wo ich ein bisschen lauter reden darf aber okay sehr schön sehr schön das könnt ihr euch an die vorstellen aber ich wäre echt so gerne ich hätte mitnehmen das geht dann niemals eine glaube ich hier geschichte gesagt aber gut jetzt wenn ich sehe kann es ja auch selber glauben und aus der behalt auch ja sehen was habt ja ich freue mich drauf ihr lieben jetzt wirklich niemals gedacht aber es geht wenn es geht was es geht dann wird auch nicht vorbei gehen wenn es doch bei gehen wird dann dann welt wird er es merken ihr werdet ihr werdet dann auch informiert bekommen okay ja bis jetzt auch alles gute die leute ist also alles sechs egal und denkt daran nicht treffen lassen von irgendeinen gegner von irgendeiner maschine sich hier lieben ist ganz wichtig sehr schön sehr schön sehr schön scheiße okay ja ich versuche jetzt nur diesen gedöns hier aber was egal werden wir auch genug zeit so also ich meine wirklich gerade ganz ernst also ich habe es auch gar nicht angesprochen ich schwöre jetzt die lieben ich schwöre jetzt wirklich so was von fucking lauter lieben oder das hier das wirklich nicht angesprochen wenn ich nicht daran gedacht hätte ich habe halt die ganze lehre halt immer gesagt ja wenn internet geht dann geht es halt wenn ich nicht daran denke dann klappt das nicht klappt dann klappt es nicht weil ich denke dann klappt meistens nicht die unerwarteten da werden dann kann es auch klappen ist immer so liebens immer so cool gemacht sehr schön aufpassen jetzt sehr schön ja das waren soweit alle infos ich glaube es gibt auch noch ein paar infos noch zu morgen also wir schauen mal ich nehme das halt gerade am dienstag nehmen ich nehme das gerade am montag auf und ich werde es montag hier hochladen ich werde es dann zumindest versuchen am dienstag morgen hochzuladen oder so dann versuche ich halt noch eine schöne video folge mit mk8 deluxe aufzunehmen im dienstag okay scheiße oh das hat dann haben wir auch noch ein checkpoint bekommen habe ich gar nicht gemerkt okay ihr lieben dann bin ich außerfrieden ihr lieben gerade gut ich habe zwar schon sehr viele videos vorproduziert ich habe wirklich sehr viele videos schon vorproduziert aber sie werden trotzdem seinen sinn ergeben genau weil ich ich habe auch nicht jederzeit ich habe auch nicht immer zeit für spiele ab für so abende habe ich auf jeden fall zeit immer videos zu spielen also keine sorge lieben ich werde auch jetzt nicht ich habe ja auch videospiele immer gerne am hals habe ich auch echt gerne am hals immer macht mir auch viel spaß ihr lieben das spiel zu spielen und das ist auch ganz wichtig für mich ich möchte auch ein guter gamer bleiben ein guter gamer bleiben so jetzt geht es los rein let's go jetzt geht es hier richtig rein, ihr lieben ich freue mich drauf ohne feld, let's go, no gut schön ja ich wisse so alles ich habe vergessen dieses dings auch auszusprechen es kommt am dienstag ja nach besagt oder so oder auch am späten nach besagt so wenn man 90 uhr oder 80 uhr wenn ich es kann versuch dann noch so eine kleine neue folge hochzuladen von marvel 8er lachs da werde ich vielleicht eventuell noch eine information draufhauen aber es kann sein dass ich es nicht bringe es kann sein dass ich es bringe es kann aber auch sein dass ich es nicht bringe also wir sehen mal es kann sich aber auch ändern ich verspreche die nächste lieben leid bei es komplett zwischen kann sie auch ändern also ich glaube ja ich glaube einfach sagen das kann sich einfach ändern das kann sich einfach nicht ändern ihr lieben so wie ich es möchte deswegen ja es kommt so wie ich kann und ja ich habe auch urlaub und ja ich werde einfach alles so ich werde einfach alles so hinstellen wie ich möchte und ich werde einfach ich werde einfach ganz viel gegen mühe mit ich gebe einfach ganz viel gegen mühe mit mühe und deswegen ja ich freue mich drauf auf weitere schuldige Videos mit euch zusammen alles klar tschüss ich bin heute auch soweit fertig mit dieser geilen Folge hier und ich bin fertig auch nicht ja so ganz nicht aber ich habe mich heute zumindest ich habe mich heute zumindest ein bisschen angestrengt dass ich nicht gefällt habe bei einem treffer die ich halt vorangeht er bekommen habe aber alles gut wir nehmen eben auch so ich würde sagen wir nehmen eben auch so ein Pilz und dann ist auch alles cool so ja ich würde sagen der Rest wenn wir neue Folgen hochladen werden von nsmbu 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 dann werde ich mich auf jeden Fall melden ihr lieben einen schönen Tag noch ihr lieben deswegen tschau tschau einen geilen Tag noch ihr lieben Leute bye bye